Schönen guten Hallo, heute geht's um Mythic+. Früher konnte man Dungeons nur normal laufen. Das war aber irgendwann keine Herausforderung mehr, also hat man mit der Zeit den Schwierigkeitsgrad heroisch eingeführt. Weil das aber immer noch nicht heftig genug war und man sich nicht noch einen Schwierigkeitsgrad ausdenken wollte, hat man zunächst den Herausforderungsmodus eingeführt. Dieser hat einer Instanz ein Zeitlimit gegeben und die Gegenstandsstufe wurde runtergesetzt. An diesem Edelstein hat man dann über Jahre geschliffen, um das System möglichst für alle Klassen auszubalancen, bis man ihn weggeworfen hat und sich dachte, fuck it, Mythic+. Jetzt haben wir einen unbegrenzten Schwierigkeitsgrad und der funktioniert wie folgt. Man läuft einen mythischen Dungeon. Aus diesem erhält man dann einen Key für Mythic+, 2, der einem bestimmten Dungeon zugewiesen ist. Schafft man nun den Dungeon innerhalb eines Zeitlimits, bekommt man einen Key mit höherer Stufe und das geht theoretisch unendlich weiter. Wenn man es in der Zeit nicht schafft, wird der Key um eine Stufe runtergesetzt. Die Dungeons werden natürlich mit jeder Stufe schwieriger, aber das ist nur das geringste Problem an Mythic+. Das größte Hindernis sind die Spieler selbst, egal ob andere oder man selbst. Ach komm, bleiben wir mal realistisch. Es sind immer die anderen. Ich pull völlig sinnlos eine Mobgruppe, an der wir viben. Tja, vielleicht bin ich einfach eine andere Route gewohnt. Ich mach auch nicht zu wenig Damage, die anderen machen zu viel Damage. Und warum sollte ich einen Frontal dodgen, wenn der Tank einfach die Mobs drehen kann? Ich könnte jetzt noch viele weitere Beispiele nennen, aber mein Punkt sollte ja klar sein. Hört auf, bei euch selbst den Fehler zu suchen und gebt immer anderen die Schuld. Das müsst ihr doch mittlerweile von Blizzard gelernt haben. Kommen wir zur Frage, warum man Mythic++ überhaupt läuft. Viele unterlegen dem Irrglauben, dass man aus Mythic++ gutes Gier bekommt. Aber das ist falsch. Die Wahrscheinlichkeit, direkt aus einer M++ ein Item zu bekommen, ist etwa so hoch wie die Wahrscheinlichkeit im Lotto zu gewinnen. Während man vom Blitz getroffen wird. Beim Kacken. Aber keine Angst. Dafür hat Blizzard schon lange eine Lösung gefunden. Denn anstatt einfach mal die Droprate zu erhöhen, wird man am Ende jeder Woche mit einer Kiste belohnt. Hier ist die Wahrscheinlichkeit, etwas Nützliches zu bekommen, immerhin schon im zweistelligen Komma-Bereich. Und selbst wenn nichts für einen dabei ist, bekommt man eine Währung, die man gegen so tolle Sachen wie Anima oder Seelenasche oder, äh, Stygia eintauschen kann. Ja Mensch, da lohnen sich die 10 Stunden, die man wöchentlich für 3 Kisten investiert, ja richtig. Aber für was macht man das dann, wenn nicht für Gier? Naja, zum einen bekommt man seit neuestem in jeder Mythic Plus Season ein Maut, wenn man eine Wertung von 2000 erreicht. Dann gäbe es da noch ein Portal zu jeder Instanz, die man auf Plus 20 schafft und, ja, das war's auch schon. Also im Grunde ist es völlig sinnlos höher als Plus 20 zu laufen, aber die Spieler machen's trotzdem. Und warum? Wertung! Für einen begeisterten Mythic Plus Spieler ist die Wertung das Allerwichtigste. An ihr sieht man theoretisch, wie viel Erfahrung ein Spieler in Mythic Plus hat. Das größte Problem hierbei ist, noch Wertung aufzubauen, wenn man zu spät in die Season einsteigt. Während alle anderen schon eine Wertung von über 2000 haben, wird man selbst kaum noch irgendwo mitgenommen. Denn warum sollte man einen Jäger mit ner 200er Wertung in nem Plus 8er mitnehmen, wenn sich gerade ein 2100er Droide angemeldet hat, der nur schnell die Weekly abschließen will? Jetzt sagen viele wahrscheinlich, ja man muss doch klein anfangen, das haben wir alle gemacht. Ja stimmt. Der Browser strotzt ja nur so von niedrigen Kies. Vor allem nach Monaten in der Season. Ey ja, dann mach doch selbst einen auf, lol. Ja okay, hast recht. Kann ja net so lang dauern, bis ich mit ner Wertung von 0 ne Plus 2er Gruppe voll hab. Ich meld mich dann in ner Woche wieder. Okay, kommen wir mal zum Punkt. Wenn man keine Gilde oder Freunde hat, ist es verdammt zeitaufwendig, die anderen Spieler mit der Wertung einzuholen. Klingt zwar doof, aber das ist ja nix neues in WoW. Das ist in PvP so und das ist auch in Waze so. Wer nicht aktuell ist, hat halt einfach Pech gehabt. Aber lasst den Kopf nicht hängen, falls ihr doch mal zu spät seid, keine Freunde habt und noch was aufholen möchtet. Denn wie gesagt, ist es nur zeitaufwendig und nicht schwer. Mythic Plus ist total einfach. So einfach, dass die meisten eine ideale Gruppenaufstellung anstreben, weil sie Angst haben, dass ein Key nicht in Time wird. Da meldet sich ein Jäger an, der letzte Season ne Wertung von 2300 hatte und aktuell eine GS von 246 besitzt. Aber seine aktuelle Wertung ist nur 1500. Du, get out. Man muss aber auch zugeben, dass bei der Gruppensuche nicht nur auf Wertung geguckt wird. Jetzt meldet sich zum Beispiel eine Eule mit ner Wertung von 1900 an und wird sofort angenommen, weil Ventier-Droiden momentane Abrissbirne sind. Äh, ich bin aber Koreaner. Oh. Geh weg. Geh weg, Hund. Ja, wie gesagt. Mythic Plus ist voll einfach. Solange man es sich einfach macht. Denkt jetzt aber nicht, dass das ein aktuelles Problem von WoW ist. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Wenn es nicht die Wertung ist, ist es der Damage und wenn es nicht der Damage ist, ist es das Lieblingselement im Periodensystem. Irgendwas lassen sich die Spieler immer einfallen, um möglichst effektive Gruppen zu erstellen. Schließlich will man ja was schaffen und das geht eben am besten mit einer Gruppe, die alles schon hundertmal gemacht hat. Da kann Blizzard machen, was sie wollen. Das ist ein Problem der Spieler und nicht vom Spiel. Was Blizzard aber machen könnte, ist Mythic Plus lohnenswerter zu machen, damit die Spieler nicht mehr mitten im Key Wage quitten, weil man ihn nicht in Time schafft. Einfach ein paar Haustiere, Cosmetics oder sonst noch was mit reinpacken, was man sich kaufen kann, sobald man eine bestimmte Wertung erreicht hat. Denn wenn die Spieler nicht mehr das Gefühl haben, Stunden ihrer Freizeit für nix verschwendet zu haben, geht man auch lockerer damit um, wenn man ein Key mal nicht in Time schafft. Das war's von meiner Seite aus. Schreibt jetzt gerne noch eure besten Mythic Plus Storys in die Kommentare. Ich seh doch schon, wie eure Fingerspitzen kribbeln. Ansonsten war's das mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, gebt mir immer einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da zäkterer gilt und wenn nicht, dann nicht. Ciao, drei. Ciao, drei. Ciao, drei.